Ich glaube, Duft kann umsterblich machen, aber ich glaube auch, dass Erinnerung umsterblich macht und ich glaube, dass Liebe umsterblich machen kann. Ich bin sehr eng verbunden mit vielen Düften. Es gibt in meiner Familie einen Duft des Überlebens zum Beispiel. Meine Großmutter war auf der Flucht und hat mir immer erzählt, sie hat nur überlebt, weil es einen großen Duft von Gholama gab, den ihre Großmutter hatte. Der Parfum ist ja mehr als nur der Duft. Es ist ja auch ein Gegenüber. Ich rieche, ich erlebe. Dann habe ich eine Flasche, die ganz privat mit mir alleine ist, der Kauf, der Moment, das anzufassen, die Haptik und alles, was dazukommt. Und eben auch die Träume, die Erinnerungen vielleicht daran. Es kann ja sein, dass ich mit dem Duft den Mann meines Lebens treffe oder die Frau meines Lebens. Und das habe ich auch, wenn ich ein Kleid entwerfe. Da denke ich mir, was ist, wenn dieses Kleid jetzt gerade das Kleid ist, wo er oder sie sagt, guck mal, da ist er. Immer wieder denken wir an den Tag, an ihren 25-jährigen Hochzeitstag, an den Geburtstag von Elvira, an Peters großen Tag und so. Und das sind Momente, da werde ich Teil von Geschichte, von Erinnerungen von diesen Menschen. Und so ist das mit Duft auch. Und das war heute nicht anders, als würde ich sagen, als wenn ich eine Kollektion mache. Ich glaube, es gibt Momente, wo wichtig war zu sehen, was ist die Marke? Was bin ich als Marke? Und wie sieht es eben auch LR? Und ich kenne natürlich auch einige Prominente, mit denen ich befreundet bin, die eben auch mit LR schon gearbeitet haben. Und da dachte ich immer, das wird auch zu mir ganz gut passen. Der Duft gehört zu uns Modemachern absolut dazu. Es gibt keinen Designer, der nicht von einem Duft träumt, genauso wie er nicht davon träumt, Frauen oder Männer, egal, Textil zu berühren. Das ist es. Nachhaltigkeit ist das, was da zählt. Ich glaube manchmal nur bedingt an die Kraft von Unisex, muss ich sagen, weil ich mache Männer so wie Frauen Mode. Und ich weiß, wie unterschiedlich ein Körper sein kann. Ich weiß auch, wie unterschiedlich die Begehrlichkeit ist. Und deshalb, glaube ich, muss man für meinen Dafürhalten immer auch einen Männer- und einen Frauenduft machen. Ich bin immer gern jemand gewesen, der sehr gern überall ist. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich bin sehr heimatverbunden. Aber ich bin genauso gerne unterwegs. Und das muss ein Duft für mich auch haben. Der muss Lust haben, dass der auf die Reise geht. Und der muss sehr schön sein, auch ganz privat mit mir, ganz allein. So einen Männerduft mag ich gern, wenn er mir Vertrauen gibt. Und bei den Damen mag ich das sehr, wenn ich einen Duft habe, der was Leichtes hat. Und wo man spürt, der hat Eleganz und der ist so zeitlos, schön. Ich bin keine Marke, die Menschen verdrehen will. Ich will nicht verführen. Ich will berühren. Ich will nicht verführen. Untertitelung des ZDF, 2020